Intro Willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tage Mit dabei ist heute der liebe Django Kong Hello, hello, hello Ihr wisst Leute, ich meine nachdem ich jetzt letztens dieses krasse Gameplay mit Alphastein hochgeladen habe Wird es natürlich an der Zeit sich selber ein paar Challenges zu stellen Und ich habe mir folgendes überlegt Eine No-Fallschirm Challenge meine Freunde Und da steht auch extra im Titel, in Anführungsstrichen, weil komplett ohne Fallschirm ist nicht möglich. Hendrik wird euch einfach sagen, go. Und dann müssen wir rausspringen, Leute. Ja, wir müssen rausspringen. Dürfen die Tastatur nur noch benutzen, indem wir komplett gerade nach unten ziehen. Und lassen dann los und müssen gucken, wo wir landen und von da aus die Runde gewinnen. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. Keine Ahnung. Je nachdem, Jake, stell dir mal vor, wir haben Glück. Und landen einfach Tilted House oder sowas. Boah, ne, das wäre ultra pech. Ja, stimmt, weil wir so langsam runterfliegen dann, ne? Okay, Hendrik, es liegt jetzt alles an dir. Ja, bitte verkack's nicht, ja? Wir müssen diesen Win holen. Drei, zwei, eins. Ab jetzt. Ab jetzt kannst du, wann immer du willst, sagen. Oh, damn. Okay, wir fliegen gerade schon. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, diese Flugroute gefällt mir gar nicht, Alter. Mir auch nicht. Junge, sag was. Hendrik, Mann. Ja, na, Moment. Wir werden gleich automatisch... Oh, okay, raus. Okay, Hendrik. Jengis, straight nach unten ziehen, straight nach unten ziehen und dann den Fallschirm aufmachen. Tastatur loslassen, Tastatur loslassen, Tastatur loslassen. Okay, hab, hab, hab. Ich fass dir nicht an. Ich darf nicht nach vorne fliegen. Oh mein Gott, du bist ganz woanders, wo ich. Okay, okay, okay. Und, okay, ich bin gelandet, ich bin gelandet. Ich bin... Wir sind bei der Brücke, wir sind bei der Brücke. Hier sind Kisten, hier sind Kisten, hier sind Kisten. Komm schon. Ja, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, was ist das denn? Ja, moll, jetzt noch 40 Leben, ey, wir machen die Challenge noch härter, als sie eigentlich hätte sein müssen. Oh, geil, ich hab eine Schrotflinte. Oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott, mir ist genau derselbe Fehler passiert. Was denn? Nein, nein, bist du auch runtergefallen? Oh mein fucking Gott. Alter, nicht unser Ernst, nicht unser Ernst. Mich hat da so eine Kante so weggestufen. Ja, ja, same bei mir, same bei mir einfach. Ich hab immerhin eine blaue Air und eine grüne automatische Schrotflinte. Oh, ich hab Schildtränkel gefunden. Okay, nice. Ich hab zwei Verbände. Oh, geil, geil, geil. Okay, okay, okay. Ey, wir können das wirklich noch holen. Wir können das noch holen. Tatsächlich, ja. Das ist echt machbar, Mann. Das ist echt machbar. Wir sind genau in der Zone gelandet. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab noch einen großen Schildtrank. Ja, Leute, jetzt kann man auf jeden Fall leben, Alter. Links bei 195 sind Leute. Die werden zur Bruchbude gehen, die werden zur Bruchbude gehen, wahrscheinlich. Okay, einer genockt. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Der ist oben in dem Haus, oben in dem Haus, Cengiz. Oh mein Gott, ich hab so reingeschritten, ich hab so reingeschritten. Tötet ihn bitte, Alter. Rechts, links, 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 er pusht, links, links am Baum. Hast du, 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 hast du. Nein. Mann, Alter, es war aber voll meine Schuld, weil ich so reingeschritten hab. Okay, und du kannst ab jetzt. Oh, damn. Ja, 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 schwierig, 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 weil rechts und links von uns halt, ne? Hände weg, Cengiz, Hände weg. Ja, da sind schon zwei. Hier vorne bei Lucky Landing, die Brücke, da könnten wir hin. Okay, großer Schildtrank und ein HR, nice one. Nice. Ich find, oh mein Gott, hat nen Schott. Ja, ganz oben am Berg ist der. Der ist runtergerutscht, der ist runtergerutscht, der ist runtergerutscht. Ist der blöd? Hat nen Hit. Der ist zwischen den Tannen immer noch. Hat nen Hit. Nice. Der ist genockt, muss hier finishen. Nice. Muss unbedingt sein Loot holen. Ich hab nämlich keine Baumarten, die hat hier nichts. So muss ich auf jeden Fall als Protected Boy. Ja, ich hab auch keine Materialien. Gegenüber, direkt gegenüber. Warte, wenn einer von denen still, stehen bleibt. Ja, jetzt. Oh mein Gott, so knapp. Vorsicht. Hab ihn gehittet, hab ihn gehittet, hab ihn richtig gut gehittet sogar. Keine Shorts mehr. 30. Hat nen Hit. Oh nice, er ist genockt. Komm, wir pushen. Sein Mate kommt von oben, sein Mate kommt von oben. Ich hab 60 Leben, ne? Ja, wir müssen. Fuck, ich hab, oh mein Gott. Lass weiter, lass weiter. Unter uns. Er ist low, er ist low. Nice, man. Bitte hab Verbände. Oh mein Gott, wieso haben die keine Verbände? Bist du hier? Warte. Ja, nice. Da ist ein Medikid, alles gut? Achso, okay. Oh Gott. Hier rechts das Haus, guck mal. Rechts das Haus hier, das brucht die Bruchbude. Von da haben wir, glaube ich, nen ganz guten Standpunkt. Wir können uns theoretisch, wenn wir wollen, einmischen. Wir können aber nur erstmal auskundschaften. das direkt einmischen, oder? Solange die noch falten, bevor die sich dealen, alle. Ich weiß nicht. Wir sind so nah an der Zone. Da ist er. Oh mein Gott. Der hat uns gesehen. Zone kommt. Zone kommt. LOL. Ich hab ihm. Was? Ich hasse das, Mann. Zwei Leute, zwei Leute. Vor dir blaue B***h und er. Die B***h. Kommt, der kommt, der kommt. Er baut es gerade über dir ab. Hey Mann, ich hasse das, Alter. Wir müssen das jetzt schaffen. Ich geb nicht auf, Mann. Ich geb nicht auf. Hendrik, du kannst. So. Okay, Jenkins, wenn wir Glück haben, geht nach links keiner hin zu diesen Gebäuden. Das sind drei Team, nee, vier Teams sind das die. Okay, go. Das vor uns. Ja. Okay, blaue Dreifachsalve. Nicht mein Lieblingsding, aber auf jeden Fall spielbar. Das ist doch... Wir werden beschossen. Ja, irgendwas schießt hier. Von wo haben die geschossen? Keine Ahnung, Alter. Ich guck gerade auch. Ah, ich sehe. Richtung W. Ich sehe. Warte, ich habe Verbände für dich. Der ist hinter uns, der ist hinter uns. Hier kommt jemand. Ja. Ja. Der ist hier bei mir. Komm, Falle spielen. Der ist genug. Lass deinen Mate reinpushen, lass deinen Mate reinpushen. Okay, er ist down. Nice. Nice. Oh mein Gott. Oh, gegenüber bei NW ist jemand. In dem Haus? Bei den Containern, bei den Containern. Ich sehe sie. Hat Hit bekommen von mir. Okay. Okay, okay. Okay, ich posche. Komm mit dir. Ist tot? Wo ist der Mate? Der muss hier irgendwo gewesen sein. Ah, da, ich sehe ihn. Der ist bei Dusty Depot. Wo ist der? Genau, zwischen den drei Containern. Da siehst du sie springen? Sie sind gerade reingerannt. Da, er kommt. Hat zwei Hits. Vorsichtig. Verkettenwerfer. Oh mein Gott. Von hinten, von hinten. Er ist tot. Sein Mate kommt, dein Mate kommt dahinter. Okay, hinter uns, hinter uns. Nice, 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 nice. Hier ist noch jemand. Hinter uns, ultra aufpassen. Okay. Der pusht uns links am Stromass. Links am Stromass steht der. Ah, da, ich sehe ihn. Hat Hit. Ist super low. Nein, bau doch keine Treppe vor mich. Cengiz. Ach, sorry, sorry. Oh, bro. Der hat mal einen Minigun. Minigun. Lieber nicht. Sein Mate ist nocked. Ich bin auch nocked. Du bist zu close. Du bist zu close. Nicht reinfacen. Ah. Nein. 20 Minuten später. Oh mein Gott. Pass auf. Hier, hier Verbände. Brauchst du? Ja, ja, safe. Junge, 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 junge. Das müssen wir gewinnen. Direkt sind die. Kommt die hoch? Scheiße, ja, die bauen sich da eine feste. Oh mein Gott. Lol. Der ist ja hier oben. Ich bin down. Ich bin down. Der hat Hits bekommen. Der hat Hits bekommen. Ich habe keine Stromfinde gehabt. Hinter dir. Nein. Nein, das ist doch nicht wahr, Alter. Drei Tage später. So, Leute. Ne, jetzt hier. Wir haben uns ein paar Leute zur Verstärkung gesucht. Und zwar sind Benny und Hoppner jetzt mit dabei. Ole, ole. Nach dem ganzen Reingefälle von Cengiz und mir müssen wir jetzt einfach dieses Ding zu Ende bringen. Ihr seid die einzige Hoffnung, die wir haben. Wisst ihr, Cengiz und ich sind so tilted. Wir haben drei Tage zwischen den verschiedenen Aufnahmen gelassen. Damit wir uns abreagieren konnten. Diese Challenge macht dich tot einfach. Ihr habt es gehört. Wenn der Hendrik jetzt sagt, gerade nach unten ziehen mit der Maus. Sobald der Fallschirm sich öffnet, nichts mehr machen und einfach den Win holen, Jungs. Ah, jetzt. Okay, geradeaus runter, Jungs. Und dann muss der Fallschirm sich öffnen und wir dürfen nichts machen. Denkt dran. Ja, okay. Dann stalkt die Springs. Oh mein Gott, das sind so viele Gegner. Das ist nicht gut. Wir müssen weglaufen. Wir laufen Richtung Fatal-Filz. Ja, ey. Da ist keiner gelandet. Cengiz, hier ist kein Gegner bei Fatal-Filz. Ey, das hatten wir noch nie. Das hatten wir noch nie in den 12, 13, 14.000 Versuchen, die wir gemacht haben. Ey, Cengiz, legit, ich hatte noch nie so guten Loot in dieser Challenge. Noch nie. Was hast du alles? Ich habe eine Autopump, eine grüne und eine dreifache. Ich bin so dumm. Ich habe gerade den großen Trank zuerst getrunken. Alter, bin ich durch. Oh mein Gott. Egal, die kleinen Tränke wollte ich eh für später saven. War so alles gut, ja? Denn ich kann es mir geben. Nein, nein, nein. Oh, das ist gar. Dies Halsmaul, nicht dein Ernst. Schon wieder, du. Ey, es ist so unverschämt, Alter. Da ist jemand. Genau vor uns. Okay, es ist down. Nice. Sven, ich habe ein Mad-Kid für dich. Okay, wer gibt mir jetzt die Scar? Ich nicht. Hä, warum? Ist doch eine Challenge, Alter. Du bist doch der coole Hauptner. Ja, dann komm. Wechsel. Oh, okay. Du drifst dich nicht mehr so. Ja, renn, Mann. Hashtag, renn, Mann. Okay, Hauptner. Hier, du kriegst sogar die grüne von mir. Oh, die grüne? Ich habe sogar eine Farblose. Wo sind deine Gegner, Mann? Die haben wir ausgeschaltet für diese Runde, Cengiz. Custom-Server. Ja, im Süd-Osten, Süd-Osten. Da im Wald, im Wald, im Wald laufen. Ja, Mann, Cengiz. Pumpst sie. Richtig rein da. Please drop it. Ihr macht das, Leute. Mann, läuft's auf. Ey, das ist jetzt eine Runde, wo ich keinen einzigen Kill mache oder was. Egal, Hauptsache, wir haben diese gottverdammte Challenge hinter uns, Cengiz. Hinten, hinten, hinten. N ist auch gebaut worden. N hat Granatwürfel von denen. Der rennt nur weg. N ist down. Hier, Osten ist noch einer. Der Granatwürfel. Okay. Er schießt auch. Oh, war ich? Ich glaube, ich pusht ihn einfach. Ja, einfach pusht. Lol, Granat hat mich direkt gehintet. Ich war instant down. Fünf Gegner? Nee, sechs Gegner. Und ich habe keinen einzigen Kill. Hab vor mir, vor mir, vor mir einen Gegner. Hol den. Okay, läuft weg. Das ist schlecht. Den kannst du auf jeden Fall holen. Ja. Junge. Ich musste das mal einfach machen. Fürs Ego. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber es muss zu sein, Mann. Unter der Brücke oder was? Irgendwo hier, oder? Keiner. Bis unter der Brücke. Okay. Slow, slow. Hier, hier. Ups, sorry. Benny hat ihn gekehlt. Junge, und ich hitte ihn wieder mit der Skar an. Ist okay, Jungs. Ist okay. Aber ich mache ein bisschen Druck mit Raketenwerfer. Nein! Das stirbt jetzt hoch. Ich muss es machen. Einer ist unten. Den kannst du snacken. Hol den unten. Die Treppe unten. Oh, die haben Racketknappe. Achtung. Nein, ist hinter dir. Ich gebe backup. Kannst du ihn killen? Oh, leil. Erwin. Easy. Wollen wir den letzten irgendwie mit Falle töten oder so? Den letzten müssen wir richtig eklig töten, Alter. Der letzten muss richtig widerlich stehen. Ich bin dreimal genockt gewesen, Mann. Wie habe ich das hinbekommen, Alter? Oh, mein Gott. Er ist ein Push. Er ist ein Push bei mir. Ja, warte. Töte ihn nicht. Ich will ein Fallenhaus machen hier. Ähm, Westen. Hier und dann am Stein. Okay, okay, okay. Okay, okay. Er stirbt in der Zone. Ich schwör auf alles. Ich habe noch vier Impulsgranaten. Den holen wir damit. Okay, lass den aus der Zone raus bei uns immer wieder. Ja, wir müssen noch warten. Komm, wir sind Impulsgranate. Oh, mein Gott. LOL, der hat mich noch gebummst. Tschüss. Tschüss. Was? Ja, das ist ein richtiges... Was? 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 Ja, der ist ein guter Spieler. Was? Was? Ich lasse den mal bouncen, wenn es geht. Der ist nicht bei mir. Der ist unter dir. Er läuft bei mir. Bei mir ist er. Ist jetzt genau unter mir. Ja, Leute, das war es von diesem wunderschönen Video. Wir haben es endlich geschafft, Leute. Die Challenge ist tatsächlich schwerer, als man gedacht hätte, Leute. Wir hatten diesmal extrem Glück und auf jeden Fall supportive Mitspieler. In diesem Sinne, meine Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ihr gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Damit verabschiede ich mich. Schaut auf jeden Fall bei den Buddies und Cengiz vorbei. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.